In diesem Video zeigen wir, wie eine Thalus-Luxationsfraktur mit dem Sharkscrew-Transplantat operativ versorgt werden kann. Es operiert der Fußspezialist und Orthopäde Dr. Klaus Pastel. Es handelt sich um eine damals 25-jährige Patientin, die sich durch einen Sportunfall eine Thalus-Luxationsfraktur zugezogen hat. Zum Operationsdatum ist die Fraktur bereits 14 Tage alt. Der Zugang erfolgt zuerst medial des Osnaviculare 1 cm Plantades Malleolus medialis. Unter Schonung der Gefäße und der Nerven stellen wir den subtalaren Gelenkspalt dar. Wir eröffnen die Gelenkskapsel und entfernen die frakturierten und losen Knochenfragmente. Die Knochenstückchen heben wir für die spätere Spongiosa-Plastik auf. Nun wird auch ein lateraler Zugang gelegt. Der Hautschnitt erfolgt 1 cm Plantades Malleolus lateralis bis auf Höhe des Thalo-Navicular-Gelenks. Wir lösen den Musculus extensor brevis etwas ab und stellen den Sinus tarsi dar. Die Fraktur ist nun von medial und von lateral gut dargestellt. Es zeigt sich die Instabilität der Fraktur und das Abgleiten des Thalus-Kopfes nach medial und dorsal. Für die Reposition des Thalus-Kopfes bringen wir einen queren 1,6er Kirschner-Draht als Joystick ein. Damit können wir den Thalus-Kopf in der gewünschten Position halten und ihn auch unter Kompression setzen. Wir achten streng darauf, dass sich keinerlei Stufen bilden. In der korrekten Repositionsstellung setzen wir die Fraktur manuell unter Kompression. Dann setzen wir unter Bildwandler-Kontrolle drei 1,6er Kirschner-Drahte. Der erste Kirschner-Draht dient zur temporären Fixierung. Die beiden anderen Kirschner-Drahte werden nacheinander gegen einen 1,2er Kirschner-Draht ausgetauscht. Dann überbohren wir den Kirschner-Draht mit dem schwarzen Bohrer. Dieser wird für die 5 mm Sharkscrew Diver benötigt. Anschließend schneiden wir das entsprechende Gewinde mit dem schwarzen Gewindeschneider. Die Tiefe der Bohrung und des Gewindeschnitts können wir anhand der Lasermarkierung ablesen. Der Gewindekanal muss mehrfach mit physiologischer Kochsalzlösung gespült werden. Damit werden die Schneidespäne zur Gänze entfernt. Die Sharkscrew Diver können wir nun ohne großen Widerstand eindrehen und unter die Knochenoberfläche versenken. Nachdem wir die mediale Sharkscrew gesetzt haben, ersetzen wir den lateralen 1,6er Kirschner-Draht gegen den 1,2er und wiederholen den Vorgang. Bohren, Gewinde schneiden, spülen und Transplantation der Sharkscrew. Die Sharkscrew hält die Kompression und gewährt eine sehr stabile Osteosynthese. Zum Schluss füllen wir die medialen Knochendefekte mit den zu Beginn gewonnenen Knochenfrakturstückchen auf. Darüber vernähen wir das Periost und die Gelenkskapsel. Auf dem postoperativen Röntgenbild zeigt sich die Reposition der Thalus-Luxationsfraktur und die ideale Lage der beiden Sharkscrew-Transplantate. Zur Nachbehandlung legen wir einen gespaltenen Unterschenkelgips an. Nach Abschwellung des OP-Gebietes erhält die Patientin einen geschlossenen Unterschenkelgips für insgesamt 10 Wochen. 6 Wochen davon ohne Belastung und 4 Wochen mit zunehmender Teilbelastung. Anschließend empfehlen wir eine physikalische Therapie. Die Einführung des OP-Gebietes erhält die Kompression des OP-Gebietes ein. Vielen Dank.